so leute willkommen zurück zu der neuen folge cyberpunk 2077 wir machen weiter mit der nächsten nebenmission die befindet sich hier und zwar chaos deinem leben überwältigt von unmut du schon wieder hat dir unsere erste meditation gefallen wohin bist du verschwunden das würde ich auch gerne wissen jemand anderes braucht mich hat mich wie neu geboren gefühlt eine wirkung muss tiefe reflektion regelmäßig wiederholt werden ein einziger tropfen stellt keinen durst möchtest du es wieder versuchen das würde mich das kosten das ist deine entscheidung komm das sollte reichen gut ich passe während der meditation auf dich auf letztes mal hatten wir ja nichts bezahlt mal gucken was jetzt kommt das ist eine meditation dessen kriments Wasser wir sind im wald hau und stoppst mein wasserfall geist des wassers sei gekrüst du bist 80 prozent teil unseres fleisches in der unteren ach wie geheimnisvoll du bist geist des wassers eben noch warst du flüssig und jetzt schon weiß unter schnee dampf und nähe nimm einen augenblick heilst du nixen ertrinkst wascheschmerz krankheit unreinheit und negative energie andere menschen und dimensionen aneinander können sein allein jungen weisheit wissen gesundheit stärke freude und bleibende enteinander wir nehmen den geist des wassers in uns auf gemeinsam werden wir eins wir sind Wasser wir sind diejenigen die über die tiefe strömen ok was ist jetzt? wir danken dir geistes wassers mit geist körper und seelen ohne dich gäbe es geheimnis wir huldigen der schönheit verborgen in dir und die anderen Elemente ok das war's komische mission hätte man sich auch sparen können oder? gut ist der mönch wieder so schnell weg? ja ich sehe ihn da nicht mehr sitzen wie beim letzten mal ok gut alles klar medität haben wir gemacht karte was sagt die? also wir hätten jetzt hier noch zwei missionen wir hätten hier noch eine die wir theoretisch machen können was ist das hier? das war das das war das ja fahrzeug kaufen sprich mit den zwillingen das ist die haupt mission die gefahr ist hier sehr hoch auch sehr hoch auch sehr hoch gefahr hoch gefahr mittel also hier hätten wir noch eine äh äh was wollte ich gerade? wo sind wir? wir sind hier dann gehen wir doch einmal kurz hier hin ich will jetzt hier rauf ich will jetzt hier rauf so was ist das? ja leute und denn mal gucken weil irgendwie kommt hier immer eine nebenmission nach der anderen wir kriegen immer neue nebenmission mehr äh wohin? oh gott da oben rauf kann ich jetzt hier einfach so gehen? oder? ok ich lauf jetzt hier einfach über die Straße wieso auch nicht wieso auch nicht so ähm kann ich hier hoch? äh ja hier und Straßen wieso fährt er rückwärts? komme ich hier eigentlich auch hoch? wüsste ich eigentlich ne? eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in ihrer Nähe sein ich sehe mich mal um und ist hier wieder der Mönch ja die Umrisse deiner Wahrnehmung sind nun viel klare der Knoten in deinem Verstand löst sich langsam du ertrinkst im hier und jetzt ich glaub so langsam hab ich den Bogen raus inneres Gleichgewicht ist wie das Ende einer langen Reise klammere dich nicht zu sehr an deinen Gedanken lass sie einfach frei fließen bald eine Kröte ihre Fäuste wenn sie schwimmt wie klingt es mit einer Hand zu klatschen? das kommt ganz drauf an sag klatscht jemand mit dir? ich will's nochmal probieren wie viel möchtest du diesmal bezahlen? ist das hier genug? ja beginne jederzeit ich leite dich ja ja aber du machst da ja quasi nix ne? es bringt keine Vorteile vielleicht kriegen wir am Ende irgendwas mal gucken wir sind im Wald Sonnenstrahlen dringen durch das Blätterdach tanzen durch die Luft und vermischen sich mit den Flammen Geist des Feuers Geist der Sonne ich begrüße dich du bist es was allen Dingen ihre Schönheit bedeutet ich bin du du bist ich ohne dich gibt es kein Leben aus dir entstand ich und zu dir kehre ich zurück Geist der Sonne urtümliches Feuer verbrenne Unreinheit und negative Energie anderer Menschen in Dimensionen von meinem Körper und meiner Seele läutere jede Zelle meines Körpers verleihe mir die Energie von Leben Gesundheit Gesundheit Jugend Weisheit Wissen Stärke und Freude schenke mir bleibenden inneren Friede auf das mich nichts aus meinem Gleichgewicht bringt durch halb geschlossene Augen nehmen wir die Energie der Sonne auf durch unsere Augen trinkt die Energie des Feuers und der Sonne in unsere Köpfe und durchflutet unseren Körper bis in die Zehenspitze wir sind die Sonne wir danken dir Geist der Sonne wir sind die Sonne Element des Feuers mit Geist, Körper und Seelen Okay das fehlt theoretisch nur noch Luft ne? Erde hatten wir, Wasser hatten wir eben jetzt Feuer also noch eine Mission müsste es theoretisch für Luft geben wieder weg und weg ist er wie könnte es anders sein ja leute wie kann es anders sein ja denn du willst eh nur wieder sagen dass ein Deleman Fahrzeug da ist ja und zwar hier so jetzt ist halt die Frage wo ist die nächste Nebenmission hier war das sehr hoch hier glaube ich ne? ne? hier könnten wir noch hin da neben Mission die ist auch sehr hoch neben Mission nur hoch mittel neben Mission ist auch wieder sehr hoch äh da 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 ich finde das Deleman Taxi ja ist auch sehr hoch sehr hoch Gefahr sehr hoch ja was heißt sehr hoch dass es unserem Level nicht entspricht oder ja ich hab keine Ahnung Leute kann man hier halt nicht auch schnell Reisen machen das weiß ich halt nicht auf jeden Fall hier war doch noch irgendeine Nebenmission oder nicht die wir machen können die nicht sehr hoch ist war die nicht hier? ja hier und ja die könnten wir noch theoretisch machen das ist aber auch wieder eine Ecke ne? die wir fahren müssen eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in ihrer Nähe sein ich sehe mich mal um 3,6 Kilometer ne Leute wisst wir machen jetzt äh wo sind wir hier? was ist das? ne das würde ich nicht gut ähm ja wir haben hier noch richtig viel ihr seht selber was wir hier machen müssen ähm ähm für den Verkauf ey es gibt hier so viel hier wo ist eigentlich mein Auto? ich hatte doch das Motorrad hier das hätte ich gerne ne eigentlich wollte ich mein Motorrad haben aber ok alles klar so gut fahren wir zur nächsten Nebenmission 3,6 was war das? was war das? duuuu gut also es befindet sich irgendwie hier da wir sind jetzt also eine ganze Ecke fahren Vorsicht keine Augen im Kopf oder was? und dann müssen wir hier längst und dann müssen wir hier längst so ballern wir hier mit 120 durch die Stadt wieso nicht wenn wir zusammenarbeiten sollte ich mich vorstellen man nennt mich El Kapitan und dich nennt man wie? muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen was du schon gemacht wenn jemand mit was geschäftlichem zu mir kommt kümmere ich mich drum mit Tag und Nacht verstanden? hi Eike wo wir dabei sind brauchst du ne neuen Schlitzel? ne Motorrad? ich hab alles echte gute Preise meld dich einfach ok echte gute Preise na klar und die sind natürlich auch fair die sind natürlich auch fair er will ja er will ja überhaupt nicht verdienen oh dieser Denelman das nervt mich ja Denelman du kriegst seine Fahrzeuge aber nicht jetzt das machen wir nochmal in einer gesonderten Mission beziehungsweise Folge was ist denn jetzt? man nennt mich Mr. Hans wenn du Japs im Pacifica suchst hoff mich an ich bin wie was? kein schön dich kennst Sola? es ist mir eine wahrhafte Ehre wenn du Japs suchst hoff an gut ja Auge auf ich habe irgendwo in ihrer Nähe Kontakt mit einem Fahrzeug verloren ja Delman ich guck mal was ist jetzt hier los? alle in Deckung volle in Deckung okay okay hier sieht es ein bisschen rottig gerade aus mal aussteigen wir sind jetzt hier in ganz neuen Gebiet hier waren wir noch gar nicht hallo das könnte ich jetzt nicht laufen hä? oh komm schon spiel das sind genau diese Punkte die ich meine so jetzt die mich an dem Spiel im Moment nerven deswegen spiele ich das auch sehr sehr selten also es ist wie gesagt auch ein unvollständiges Spiel das haben die Entwickler nicht gut gemacht und da vergeht einfach nicht wirklich die Freude am Spiel so aber wir wollen jetzt hier die nächste Nebenmission machen so einmal hier links und dann hier ernsthaft Digger oh mein Gott oh mein Gott Leute jetzt kommen wir hier echt nicht rein weil ich keine technischen Fähigkeiten habe alles klar alles klar läuft läuft immer wieder nämlich gar nicht das war jetzt komplett umsonst komplett für den Arsch komm machen wir das jetzt wenigstens so wo ist mein Auto da hinten gut äh dann werden wir jetzt doch in der nächsten Folge die Hauptstory weitermachen vielleicht kommen wir einfach nicht weiter ich weiß es nicht wir machen jetzt in der nächsten Folge die Hauptstory weiter sorry ich wusste es nicht aber gut dann werden wir jetzt immer die nahegelegenste Mission machen wo wir gerade sind fertig aus wir machen jetzt versuchen jetzt die hier noch mitzunehmen ja hallo einsteigen bitte danke Gott wir werden jetzt einmal noch die mitnehmen wir werden jetzt einmal noch die mitnehmen wir werden jetzt versuchen hoffentlich geht die nicht lange wieso schlägt mein Auto so aus so 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 dass wir jetzt vor dann machen wir das noch oder ja da sind sie herzlichen Glückwunsch war es das wert auf einer Skala von 1 bis 6 Ich würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Wie soll ich abschalten? Ihre Grube wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich, aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Okay. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Alles klar. So, eigentlich müsste ich das noch... Wie lange müssen wir jetzt noch hinter dem herfahren? Delamain-Taxi! Komm schon! Okay, das ist viel stärker als wir. Okay, aber es fährt ja auch morgen. Wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht's. Ich bin da, ich bin da. Ich bin ja im Gefängnis aus Steil und Leder. Ich bin da mit dem Gefängnis aus Stahl und Leder. Jetzt gibt's alle Überraschung. Wirklich nicht im Gefängnis aus Stahl und Leder. Ich bin ja im Gefängnis aus Stahl und Leder. Wie jetzt ist das für die aus Matschbirnen? Die Tods in der Maschine. Er ist nicht in der Maschine. Die Führungsmaschine. Die Güterenstiefreiheit. Die Güterenstiefreiheit. ok letzten checkpoint laden ich hätte da aussteigen müssen alles klar geil dass du darauf reinfällst ok mir reicht's ok habe ich ja gar keine chance habe ich ja gar keine chance ich musste auf jeden fall wegfahren ich weiß aber nicht ob wir denn noch in reichweite sind das ist dann halt die andere sache gut letzter versuch ansonsten wird mir die folge für heute ok ja ich komm mir gar nicht raus alter was ist das denn meine fresse nervt das ich komm mir gar nicht mehr raus alter ey was soll das dass du darauf reinfällst so ok mir reicht's ja steig aus ach keine chance habe ich da alter so ja wir beenden die folge bis zum nächsten mal so wir machen jetzt noch einmal ich versuche jetzt irgendwie gleich auszusteigen und weg zu rennen anders geht es nicht oh gott alter das nervt das nervt ehrlich dass du darauf reinfällst so steig aus mir reicht's genau jetzt falle ich hin und kommen wir nicht weg alter ich fick doch mein leben mal sehen wie aus matschbirnen echte tötungsmaschinen werden waffe ziehen zieh doch deine scheiß waffe danke danke ja ja keine chance ist so weit dass wir die hier holen ja keine Chance gut wir sehen uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal tschau